Ups, da habe ich gleich schon wieder vergessen, den Sprechpunkt anzumachen. Aber naja, mit der ersten Folge haben wir ja den Boden hier angefangen, machen jetzt weiter. Was wir danach machen, ist die Einfragen, mal gucken. Das ist wahrscheinlich ein Predictable Mario. Okay. 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 Außenbereichen müssen wir jetzt mal uns, come on, ein wenig. Schweine aus dem Weg. Bis zum nächsten Mal. Naja, ich weiß, dass wir in irgendwelchen Kommen, die ich nicht kenne anrufen, auch noch mit dem Let's Play, ja warum stehen das war immer? Langweilig, langweilig Was mich gefährt Ich hab schon mal was anderes gedacht So 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 Lassen wir hier was einfließen Mann, das ist ein bisschen zu voll hier So 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 Ja jetzt geht es um die Außenbeleuchtung in dieser Folge Sie können gut ausrechnen, so weit sind wir jetzt was er. Jetzt kommt es gut aus. noch eins setzen ich mach Fackeln, weil sie sieht auf dem Shirt aus damit das schön hell ist, mal hier oben noch fackin wenn wir dann später in Überlebenmodus spielen werden vielleicht das sind keine Monster in-House-Prozent da muss ich ruhig in der Nähe, kann man sagen da muss Musik wie der hier und der hier es geht ganz einfach bei solchen scheißbäumen bei Sicherheit mache ich mal das hier die 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 So, ich würde mal sagen, das war es mal wieder von dieser Minecraft-Kreativ-Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!